Ich lasse mir in China einen Überraschungshaarschnitt verpassen und mit dem Endergebnis rechnet ihr nie. Also rauf auf den Stuhl des Schicksals und den alten Zotteln, lebe Wohlsagen. Direkt wurde mir eine stylische Maske ins Gesicht geklebt, damit das Kleist dann losgehen konnte. Mit dem Look wäre ich eigentlich schon zufrieden gewesen, aber dann wurde ich zum Waschen geschickt. Was so entspannt war, dass ich glatt eingeschlafen bin. Aufgewacht und zack, ich sehe wie Papa Platte aus. Das kann natürlich absolut nicht so bleiben, also kam noch eine zweite Fure Kleber hinterher. Und jetzt war selbst mein Frisur zufrieden. Schnell noch eine kleine Stärkung vor dem letzten Feinschnitt. Denn jetzt wird mir eine richtige Frisur geschnitten. Wow, sowas hatte ich noch nie. Und das ist das stabile Endergebnis. Wie findet ihr es?